Versmold in Westfalen ist die Heimat vom Familienunternehmen Reinhardt. Hier geht es seit über 77 Jahren um die Wurst. Angefangen als kleiner Handwerksbetrieb, haben wir uns bis heute den Geist einer Privatfleischerei bewahrt. Mittlerweile sind wir zu einer international agierenden Unternehmensgruppe herangewachsen, mit modernsten Wurstproduktionsstätten in Deutschland und Osteuropa. An insgesamt sechs Standorten produzieren heute mehr als 1400 Mitarbeiter hochwertige Wurst- und Schinkenprodukte fürs In- und Ausland. Qualität ist der Maßstab unseres Denkens und Handelns. Wir arbeiten in einer hochsensiblen Branche. Es ist insbesondere das Vertrauen unserer Handelspartner und Kunden, das wir gewinnen wollen. Dieses vor Augen suchen wir immer die besten Rohstoffe aus, die besten Zutaten. Wir achten darauf, dass es eine Top-Hygiene gibt in der Produktion und in der Verarbeitung. Und ganz entscheidend eine vollständige Transparenz in der Prozesskette. Am Ende entsteht immer ein geschmackvolles Lebensmittel von höchster Qualität. Als Privatfleischerei pflegen wir diesen Anspruch mit voller Leidenschaft. Und das seit 1931. Es war 1931, da gründeten mein Onkel und mein Vater den Fleischwarenbetrieb Gebrüder Reinhardt in Locksten. Zunächst wurden Schweine geschlachtet und diese ins Ruhrgebiet verkauft. Einige Jahre später wurde dann Dauerwurst und Frischwurst produziert. Der Krieg unterbrach denn alles, die Produktion wurde stillgelegt. Erst 1949 begann mein Vater wieder mit frischem Melan. Die Menschen hatten lange nichts in Fleisch und Wurst zu essen gehabt und die Produkte gingen weg wie warme Semmel. 1960 wurden Würstchen hergestellt und diese auch in großen Mengen verkauft. Dann kam 1969 der Durchbruch mit unserer Sommerwurst. Ich hatte diese Wurst früher auf den Bauernhöfen so gerne gegessen und habe mir gesagt, wir werden sie nachproduzieren, so gut es geht. Und es war von Anfang an ein voller Erfolg. Es war ein Renner, wurde in ganz Deutschland gekauft und dieser Erfolg hält bis heute noch an. Bei Reinhardt weiß man, dass Gutes Zeit braucht. Gute Wurst erst recht. Und diese Zeit nehmen wir uns auch. Rein natürliche Zutaten werden mit größter Sorgfalt und der besonderen Liebe fürs Detail verarbeitet. So entstehen Wurst- und Schinkenspezialitäten, die den höchsten Qualitätsanforderungen einer Privatfleischerei entsprechen. Und deshalb den Namen Reinhardt auch zurecht verdienen. Die Theke ist unsere Markenheimat. Hier haben wir unseren Ursprung und einen klaren Wettbewerbsvorteil gegenüber unseren Mitbewerbern. Mit über 160 Produkten und immer wieder neuen Produkteinführungen sind wir Vollsortimenter im Premium-Bereich und begeistern Handelspartner und Wurst- und Schinkenliebhaber in über 25 Ländern. Einzigartig ist auch unser umfangreiches SB-Sortiment. Hier ist für jeden Geschmack etwas dabei. Denn uns ist es wichtig, dass es allen schmeckt. Hinter der Marke Reinhardt steht kein anonymes Großunternehmen oder gar ein Konzern, sondern viele loyale und engagierte Mitarbeiter mit Familien, die Wurst genauso lieben wie die Menschen, für die wir sie herstellen. Und das macht den Unterschied. Und uns zu dem, was wir schon immer waren und sind. Ihre Privatfleischerei. Wir sind Reinhardt. Ich bin Reinhardt. Wir sind auch Reinhardt. Wir sind Reinhardt. Weil wir uns lieben. Reinhardt. Ihre Privatfleischerei.